Mit einer Rasenkehrmaschine lässt sich der Grünschnitt nach dem Rasenmähen schnell und effizient beseitigen. Gerade auf großen Grundstücken sind Rasenkehrmaschinen eine große Arbeitserleichterung, weil die Reinigung der Grünfläche mit dem Rasenrechen und dem Gartenabfallsack sonst viel Zeit in Anspruch nehmen würde. Hallo! Heute sprechen wir über den Top 5 besten Rasenkehrmaschine-Test. Für weitere Informationen zu den Produkten habe ich die Links im Beschreibungsfeld unten eingefügt. Lass uns anfangen! Beginnen Sie unsere Liste mit Nummer 5. Der Bosch Home & Garden Elektro Rasenlüfter Universal Rake 900 hat sich als äußerst vielseitiges und leistungsstarkes Gerät erwiesen. Mit einer Leistung von 900 Watt und einer Arbeitsbreite von 32 cm erfüllt er mühelos die Anforderungen des Rasenlüftens und des Laubsammelns. Die vier Höheneinstellungen von plus 10 mm bis minus 5 mm ermöglichen eine individuelle Anpassung an die Rasenbedürfnisse. Mit den Spiralfederkrallen aus Kohlenstoffstahl kann effektiv Moos und Rasenfilz entfernt werden, um einen gesunden Rasen zu fördern. Besonders praktisch ist die große 50 Liter Fangbox, die selteneres Entleeren ermöglicht und somit die Effizienz steigert. Die Fangbox ist zusammenlegbar, was die kompakte Lagerung des Geräts erleichtert. Der doppelt klappbare Holm ermöglicht eine platzsparende Aufbewahrung und eine einfache Handhabung des Rasenlüfters. Auf Nummer 4 Die Vida XL Kehrmaschine Rasenkehrmaschine Laubkehrmaschine Kehrer Rasenkehrer 103 Liter hat sich als unverzichtbares Werkzeug erwiesen, um einen Rasen mühelos sauber und gepflegt zu halten. Diese leichte und einfach zu bedienende Rasenkehrmaschine macht die Reinigung des Rasens zu einem Kinderspiel. Der abnehmbare Auffangsack ermöglicht ein einfaches Sammeln von Gras, Blättern und kleinen Ästen. Mit Leichtigkeit können alle Unreinheiten beseitigt werden, um einen perfekt gepflegten Rasen zu erhalten. Die Durchlaufhöhe kann manuell auf die gewünschte Stufe eingestellt werden, um sich verschiedenen Oberflächen anzupassen. Die Rasenkehrmaschine bietet verschiedene Höheneinstellungen, die für unterschiedliche Oberflächen geeignet sind. Die niedrigeren Stufen sind ideal für normale Oberflächen, während die mittleren Einstellungen sich für nasse, rutschige oder raue und lockere Oberflächen eignen. Die höheren Stufen ermöglichen die Wartung und den Transport der Rasenkehrmaschine. Der Sammelbeutel ist leicht abnehmbar, um eine einfache Entleerung zu ermöglichen. Es ist ratsam, die Bürsten und den Sammelbeutel regelmäßig zu reinigen, um eine optimale Leistung zu gewährleisten. Für mehr Informationen, schau dir die Beschreibung unter dem Video an. Auf halbem Weg unserer Liste auf Platz 3 Der Rasenkehrer für Aufsitzmäher von Viltek hat sich als äußerst praktisches und leistungsstarkes Gerät erwiesen. Mit einer beeindruckenden Arbeitsbreite von 95 cm und robusten 254 x 44,5 mm Gummireifen erledigt dieser Rasenkehrer die Reinigung großer Rasenflächen mühelos. Die schwarze Farbe und der rotierende Stil verleihen dem Gerät ein ansprechendes Erscheinungsbild. Mit einem Gewicht von 31,5 kg ist es solide gebaut und stabil. Besonders überzeugt hat mich die Kupplung, die es ermöglicht, den Kehrmaschinenaufsatz problemlos an einem Aufsitzmäher zu befestigen. Dadurch lässt sich der Rasenkehrer komfortabel und effizient über den Rasen bewegen. Das Auffangnetz mit einem Volumen von ca. 480 Litern ist großzügig dimensioniert und bietet ausreichend Platz für das gesammelte Schnittgut. Dies spart Zeit und ermöglicht ein unterbrechungsfreies Arbeiten. Mit einem Gewicht von 33 kg ist der Rasenkehrer solide und stabil. Die Gummireifen sorgen für eine gute Bodenhaftung und ermöglichen ein reibungsloses Arbeiten auf unterschiedlichen Untergründen. Bei Nummer 2 Der Draper 53,3 cm Gartensweeper hat sich als zuverlässiger und robuster Begleiter für die Gartenarbeit erwiesen. Mit dieser leichten, aber stabilen Rasenkehrmaschine wird das Sammeln von Laub, Gras und anderen Gartenabfällen zum Kinderspiel. Die großzügige 53,3 cm Arbeitsbreite ermöglicht es, eine große Fläche in kürzester Zeit zu reinigen. Der Schmutz wird effizient erfasst und in einem praktischen Sammelbeutel aufgefangen. Das erleichtert das Aufräumen und sorgt für ein sauberes Erscheinungsbild des Rasens. Besonders praktisch sind die vier höhenverstellbaren Nylonbürsten, die eine optimale Anpassung an verschiedene Oberflächen ermöglichen. Dadurch kann man den Sweeper problemlos auf unterschiedlichen Rasenbereichen einsetzen und ein optimales Reinigungsergebnis erzielen. Die Qualität des Produkts ist hervorragend. Es ist robust und gut verarbeitet, was auf Langlebigkeit und Zuverlässigkeit schließen lässt. Zusätzlich wird der Draper 53,3 cm Gartensweeper gemäß EU-Standards hergestellt, was ein weiterer Pluspunkt in Bezug auf Qualität und Sicherheit ist. Und schließlich die Nummer 1 auf unserer Liste. Als begeisterter Gärtner war ich auf der Suche nach einem praktischen und zeitsparenden Helfer für die Herbstsaison. Der Gardena Rasen- und Blattsammler hat mich absolut überzeugt. Mit dieser motorfreien Rasenkehrmaschine gelingt das Sammeln von Laub und Grasschnitt auf großen Rasenflächen im Handumdrehen. Besonders beeindruckt hat mich der sichere Rückenschutz, den dieser Sammler bietet. Dank der ergonomisch geformten Griffe kann man in aufrechter Position arbeiten, was den Rücken entlastet und für eine angenehme Arbeitshaltung sorgt. Zudem lässt sich der Kollektor mühelos im Garten schieben, wodurch die Arbeit noch leichter von der Hand geht. Die integrierte Kehrmechanik ist ein weiteres Highlight dieses Produkts. Die Höhenverstellung ermöglicht es, die Kehrhöhe an verschiedene Oberflächen anzupassen, was besonders praktisch ist, wenn man unterschiedliche Rasenbereiche hat. Besonders positiv ist auch die Platzersparnis bei der Aufbewahrung. Der Laub- und Grassammler nimmt nicht viel Stauraum ein, was gerade in kleinen Gärten von Vorteil ist. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Danke fürs Zuschauen. Abonnieren unseren YouTube-Kanal. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.